Der frühere deutsche Bundeskanzler Gerhard Schröder verklagt dem Bundestag auf Wiederherstellung seiner im Mai entzogenen Sonderrechte. Der 78-Jährige verlangt, dass ihm wieder ein Altkanzlerbüro mit Mitarbeitern zur Verfügung gestellt wird, wie sein Rechtsanwalt Michael Nagel am Freitag mitteilt. Der Beschluss des Bundestagshaushaltsausschusses, Schröder die Mittel für die Ausstattung seines Büros im Bundestag zu streichen und das Büro auf Ruhen zu stellen, sei rechtswidrig, heißt es in einer Erklärung der Anwaltskanzlei. Es werde behauptet, Herr Bundeskanzler außer Dienst Gerhard Schröder nehme die sogenannten nachwirkenden Dienstpflichten nicht mehr wahr. Es werde aber nicht festgelegt, was nachwirkende Dienstpflichten überhaupt sind, wie ihre Wahr- bzw. Nichtwahrnehmung zu ermitteln ist und welches Prozedere es im Übrigen dabei einzuhalten gilt, heißt es weiter. Der sozialdemokratische Altkanzler steht wegen seines Engagements für russische Energiefirmen und seiner Nähe zum russischen Präsidenten Wladimir Putin massiv in der Kritik. Der Haushaltsausschuss hatte die teilweise Streichung von Schröders Privilegien aber ausdrücklich nicht mit dessen Arbeit für die Energiefirmen oder seiner Haltung zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine begründet. Vielmehr solle die Ausstattung ehemaliger Kanzler nach den fortwirkenden Verpflichtungen aus dem Amt erfolgen, heißt es in der Regelung. Offenbar konnten die Parlamentarier diese bei Schröder nicht erkennen. Für Personalausgaben in Schröders Büro waren im vergangenen Jahr mehr als 400.000 Euro aus der Staatskasse geflossen. Sein Ruhegehalt in Höhe von 8.300 Euro erhält Schröder auch nach dem Beschluss ebenso weiter wie den Personenschutz. Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz hat die Entscheidung im Mai als folgerichtig begrüßt. Im Umfeld des Beschlusses hat sich das Europäische Parlament mit großer Mehrheit für Sanktionen gegen Schröder ausgesprochen. Wegen seiner Klage gegen den Bundestag sprach die CSU dem Altkanzler jeden Anstand ab. Gerhard Schröder hat jedes Gespür für Anstand verloren, schreibt CSU-Generalsekretär Martin Huber am Freitag auf Twitter. Als Putin-Lobbyist vertritt er definitiv keine deutschen Interessen. Dafür will er Sonderrechte auf Kosten des Steuerzahlers? Dreist. Er fügt er hinzu, aber in der SPD ist er ja nach wie vor herzlich willkommen. Auch die FDP verteidigt die Bundestagsentscheidung zum Entzug der Sonderrechte.